Der Narr liest Der Baum von H.P. Lovecraft Auf einem grünenden Abhang des Berges Maenalus in Arkadien umgibt ein Olivenhain die Ruinen einer Villa. Gleich daneben steht ein Grabmal, das wegen seiner überaus erhabenen Skulpturen einstmals schön gewesen, doch nun ebenso wie das Haus im Verfall begriffen ist. Am einen Ende dieses Grabmals wächst ein unnatürlich großer Olivenbaum von sonderbar abstoßender Gestalt, dessen eigenartige Wurzeln die vom alter fleckigen Blöcke pentelischen Marmors verschoben haben, und dieser Baum gleicht einem grotesken Menschen oder dem vom Todeskampf verzerrten Leibe eines Mannes so sehr, dass die Landbewohner sich davor fürchten, des Nachts daran vorüberzugehen, wenn der Mond fahl durch die gekrümmten Äste scheint. Der Berg Maenalus ist ein bevorzugter Aufenthaltsort des gefürchteten Paaren, dessen sonderbare Gefährten zahlreich sind. Die schlichten Hirten glauben, dieser Baum müsse auf scheußliche Weise mit jenen unheimlichen Panischi verwandt sein, doch ein alter Bienenzüchter, der in einer benachbarten Hütte lebt, erzählte mir eine andere Geschichte. Vor vielen Jahren, als die Villa am Abhang noch neu und prachtvoll war, lebten darin die beiden Bildhauer Carlos und Musides, von Lydien bis nach Neapolis pries man die Schönheit ihrer Werke, und niemand wagte zu sagen, des einen Gabe übertreffe die des anderen. Der Hermes des Carlos stand in einem marmornen Schrein zu Korinth, und die Pallas des Musides krönte eine Säule in Athen nahe dem Patenon. Alle Menschen bezeigten Carlos und Musides ihre höchste Achtung und wunderten sich, dass kein Schatten künstlerischen Neides die Wärme ihrer brüderlichen Freundschaft abkühlte. Obgleich Carlos und Musides in ungebrochener Harmonie miteinander lebten, war ihr Wesen doch verschieden. Während Musides des Nachts in den städtischen Lustbarkeiten von Tigea schwelgte, blieb Carlos daheim. Er stahl sich ungesehen von seinen Sklaven in die kühlen Winkel des Olivenhains davon. Dort meditierte er über die Gesichte, die seinen Geist erfüllten, und dort ersann er die Formen der Schönheit, die später in atmendem Marmor Unsterblichkeit erlangten. Eitle Schwätzer behaupteten jedoch, Carlos rede mit den Geistern des Haines, und seine Statuen seien nur Abbilder der Faune und Triaden, denen er dort begegnete, denn er fertigte seine Werke nach keinem lebenden Vorbild. So berühmt waren Carlos und Musides, dass niemand sich wunderte, als der Tyrann von Syrakus Boten zu ihnen sandte, die von dem kostbaren Standbild der Tüche sprachen, das er für seine Stadt im Sinn hatte. Von erhabener Größe und höchster Kunstfertigkeit musste die Statue sein, denn sie sollte allen Völkern ein Wunder und das Ziel der Reisenden werden. Lobpreis über alle Vorstellungen hinaus sollte demjenigen zuteil werden, dessen Werk angenommen würde, und Carlos und Musides waren geladen, in Wettstreit, um diese Ehre zu treten. Ihre brüderliche Liebe war weithin bekannt, und der listige Tyrann hegte die Vermutung, dass ein jeder anstatt sein Werk vor dem anderen zu verbergen, Hilfe und Rat anbieten würde, und diese Güte würde zwei Bildwerke unerhörter Schönheit hervorbringen, deren Lieblichstes selbst die Träume der Dichter in den Schatten stellen würde. Mit Freude nahmen die Bildhauer das Angebot des Tyrannen an, so daß in den folgenden Tagen ihre Sklaven unablässig Meißelhiebe vernahmen. Voreinander verbargen Carlos und Musides ihre Werke nicht, doch waren sie allein für ihre Augen bestimmt. Außer den ihren erblickten keine Augen die beiden göttlichen Gestalten, die geschickte Schläge aus den rohen Klötzen befreiten, in denen sie seit Anbeginn der Welt gefangen waren. Des Nachts suchte Musides wie ehedem die Festsäle von Tigea auf, während Carlos allein im Olivenhain wandelte, doch im Laufe der Zeit bemerkten die Männer einen Mangel an Frohsinn in dem einst so sprühenden Musides, es sei sonderbar, so sprachen sie unter sich, daß ihn die Niedergeschlagenheit ergriffen sollte, da er doch solch gute Aussichten hatte, den höchsten Ruhm der Kunst zu erlangen. Viele Monde verstrichen, doch nichts im mürrischen Antlitz des Musides verriet die kühne Erwartung, die die Umstände hätten entfachen sollen. Dann sprach Musides eines Tages von der Erkrankung des Carlos, wonach sich niemand mehr über seinen Kummer wunderte, da man um die tiefe und heilige Zuneigung der Bildhauer wußte. Daraufhin gingen viele, um Carlos zu besuchen, und in der Tat bemerkten sie die Blässe seines Gesichtes, doch schien eine freudige Gelassenheit ihn zu umgeben, die seinen Blick magischer wirken ließ als den des Musides, der merklich von Kümmernissen abgelenkt war und alle Sklaven beiseite stieß, in seinem Eifer seinem Freund mit eigener Hand aufwarten zu können. Hinter schweren Vorhängen verborgen standen die beiden unvollendeten Standbilder der Tüche, die in letzter Zeit nur selten von dem Kranken und seinem getreuen Gefährten berührt worden waren. Als Carlos trotz der Dienste ratloser Ärzte und seines emsigen Freundes auf unerklärliche Weise immer schwächer und schwächer wurde, begehrte er häufig in den Hain getragen zu werden, den er so liebte. Dort bat er darum, dass man ihn allein ließ, als wünschte er mit unsichtbaren Wesen Zwiesprache zu halten. Musides gewährte ihm stets diesen Wunsch, wenngleich seine Augen sich sichtbar mit Tränen füllten bei dem Gedanken, dass Carlos mehr an den Faunen und Druiden gelegen war als an ihm. Schließlich näherte sich das Ende, und Carlos sprach von Dingen jenseits dieses Lebens. Musides gelobte ihm weinend eine lieblichere Grabstätte als die des Mausolos, doch Carlos bat ihn nicht mehr von marmornen Herrlichkeiten zu reden, nur ein Wunsch beherrschte noch die Gedanken des Sterbenden, dass Zweige von gewissen Olivenbäumen des Haines an seiner Ruhestätte eingegraben werden sollten, dicht bei seinem Haupt. Nur eines Nachts, als er allein in der Dunkelheit des Olivenhaines saß, starb Carlos. Schöner als alle Worte war das marmone Grabmal, das der schwer geprüfte Musides für seinen geliebten Freund schuf. Niemand, es sei denn Carlos selbst, hätte solche Flachreliefs zu gestalten vermocht, auf denen alle Wonnen des Elysiums dargestellt waren. Auch vergaß Musides nicht nahe dem Haupt des Carlos die Olivenzweige aus dem Hain einzugraben. Als das erste Ungestüm von Musides Trauer der Resignation gewichen war, arbeitete er eifrig an seinem Standbild der Tüche. Alle Ehre galt nun ihm, da der Tyrann von Syrakus nur sein Werk oder das des Carlos wollte. Seine Aufgabe erwies sich als Ablenkung von seinen Empfindungen, und mit jedem Tag arbeitete er steter und mied die Lustbarkeiten, an denen er einst Geschmack gefunden hatte. Indessen verbrachte er seine Abende neben dem Grab seines Freundes, wo ein junger Olivenbaum nahe dem Haupt des Ruhenden entsprossen war. So rasch war das Wachstum dieses Baumes und so sonderbar seine Gestalt, dass alle, die ihn erblickten, einen Laut der Überraschung von sich gaben, und Musides schien zugleich fasziniert und abgestoßen davon zu sein. Drei Jahre nach dem Tod des Carlos sandte Musides einen Boten an den Tyrannen, und auf der Agora von Tigea flüsterte man, dass das mächtige Standbild vollendet sei. Zu diesem Zeitpunkt hatte der Baum neben dem Grab erstaunliche Ausmaße erreicht und übertraf alle anderen Bäume seiner Art. Ein einzigartig schwerer Ast reichte über das Gelass, in dem Musides seine Arbeit nachging. Es kamen ebenso viele Besucher, den wundersamen Baum zu betrachten, wie die Kunst des Bildhauers zu bewundern, so daß Musides selten allein war. Doch störte er sich nicht an der Vielzahl von Gästen, tatsächlich schien er die Einsamkeit nun zu fürchten, da seine fesselnde Arbeit getan war. Der raue Bergwind, der durch den Olivenhain und am Grabmal seufzte, bildete in unheimlicher Weise entfernt verständliche Laute. Der Himmel war finstern im Abend, als die Boten des Tyrannen in Tigea eintrafen. Es war weithin bekannt, daß sie gekommen waren, das große Bildnis der Tüche fortzutragen und Musides immerwährende Ehren zu überbringen, und so war ihr Empfang durch Proxenoi von großer Wärme. Im Laufe der Nacht brach ein heftiger Sturm über dem Gipfel des Maenalus los, und die Männer aus dem fernen Syrakus waren froh, in der Geborgenheit der Stadt zu rasten. Sie sprachen von ihrem erlauchten Tyrannen und von der Pracht seiner Hauptstadt, und sie schwärmten von dem Glanz des Standbildes, das Musides für ihn gefertigt hatte. Und dann sprachen die Männer von Tigea über die Güte des Musides und über seine große Trauer um seinen Freund, und wie nicht einmal der nahende Lorbeerkranz der Kunst ihn über das Verscheiden des Carlos hinwegtrösten konnte, der vielleicht statt seiner diesen Lorbe getragen hätte. Von dem Baum, der beim Grabmal wuchs, nahe dem Haupt des Carlos, sprachen sie auch. Der Wind kreischte noch entsetzlicher, und sowohl die Männer von Syrakus als auch die Arkadier beteten zu Elos. Im Sonnenschein des Morgens führten die Proxenoi die Boten des Tyrannen den Abhang hinauf zur Wohnstadt des Bildhauers, doch der Nachtwind hatte Seltsames angerichtet. Aus einer Szene der Verwüstung erschollen die Schreie der Sklaven, und inmitten des Olivenhains erhoben sich nicht länger die strahlenden Säulen der Halle, in der Musides geträumt und gearbeitet hatte. Verwaist und zerborsten klagten die bescheidenen Höfe und Fundamentmauern, denn auf das prächtige, größere Peristyl war geradewegs der schwere, überhängende Ast des seltsamen jungen Baumes gefallen und hatte so das erhabene Gedicht aus Marmor mit sonderbarer Vollständigkeit in einen unansehnlichen Schutthaufen verwandelt. Die Fremden und die Einwohner Tigeas standen entsetzt da und blickten von der Verwüstung auf den großen, finsteren Baum, der auf so unheimliche Weise menschlich aussah und dessen Wurzeln so seltsam in das Grab des Kalos reichten, und ihre Furcht und Bestürzung nahmen zu, als sie das eingestürzte Haus durchsuchten, denn vom edlen Musides und dem wundersam gefertigten Bildnis der Tüche war keine Spur zu entdecken. Inmitten dieser gewaltigen Ruinen hauste allein das Chaos, und die Vertreter der beiden Städte verließen enttäuscht den Ort. Die Männer aus Syrakus, weil sie kein Standbild hatten, um es nach Hause zu bringen, die Bewohner Tigeas, weil sie keinen Künstler zu begrenzen hatten. Die Männer von Syrakus erstanden aber nach einer Weile eine überaus prachtvolle Statue in Athen, und die Bewohner Tigeas trösteten sich, indem sie auf der Agora einen marmornen Tempel zum Gedenken an die Gaben, Tugenden und brüderliche Ehrfurcht des Musides errichteten. Doch der Olivenhain steht noch immer, ebenso wie der Baum, der aus dem Grabe des Kalos wächst, und der alte Bienenzüchter erzählte mir, daß die Äste zuweilen im Nachtwind miteinander flüstern und immer wieder sagen »Oida, oida«, ich weiß, ich weiß. Untertitelung des ZDF, 2020